Hallo und herzlich willkommen auf meinem Channel Boxes, mein Name ist Rafa und ich freue mich, dass ihr zu einem weiteren Video eingeschaltet habt. Wir werfen heute mal einen Blick auf sämtliche Lead Trainer Boxen und zwar auf die Special Sets aus der Sonne und Mond Ära, aus Schwert und Schild und aus Karmesin und Purpo. Schauen uns an, wie viel diese Lead Trainer Boxen kosten und ob es irgendwo noch Schnapper gibt, zu denen man zuschlagen kann und die man sich für ein langfristiges Investment beiseite legen kann. Das gleiche möchte ich auch gerne mit allen Displays aus diesen drei Ehren machen. Dieses Video werde ich bringen, wenn dieses heutige Video 200 Likes erreicht, von daher tut mir einen Gefallen, drückt auf den Liken Button. Ich glaube, das ist das Geringste, was jeder machen kann, der sich diese Videos anschaut und der sich an den Videos erfreut. Von daher lasst uns schauen, dass wir diese 200 Likes möglichst schnell erreichen. Was auch ein Like verdient hat, ist das 2000 Abonnenten Giveaway und dieses möchte ich heute gerne auflösen, denn der Gewinner steht fest. Herzlichen Glückwunsch an NutHatch6462. Du hast es geschafft mit deinen zwei Kommentaren, einmal bei dem 1800 Abonnenten Special Video und einmal bei dem 2000 Abonnenten Special Video, diese Karten für dich hier zu gewinnen und zwar bekommst du alle 18 Atreas aus dem so schönen Set Pokémon 151 auf japanisch. Ich hoffe, du freust dich und hast insbesondere, wie gesagt, auch viel Freude an den Karten, die du dann jetzt zugesendet bekommst. Für alle anderen gilt ganz, ganz großes Dankeschön, dass ihr so fleißig geliked, so fleißig kommentiert habt. Das wird nicht das letzte Giveaway auf diesem Channel sein, es werden noch viele weitere folgen, von daher bleibt dabei und nutzt die Chancen, die sich euch zukünftig dann hier auch bieten. Lasst uns direkt einsteigen und in die Elite-Trainer-Boxen aus den drei Ehren gehen. Starten wir mal mit der Elite-Trainer-Box von Shining Legends bzw. Schimmernde Legenden. Dieses Set stammt aus 2017, das heißt, mittlerweile ist dieses Set sechs Jahre alt und hat, wie gesagt, ein paar Jahre auch schon auf dem Buckel. Das sehen wir an den verfügbaren Artikeln, 82 Stück hier auf Cardmarken noch vorhanden und an den Preisen dieser Box. Wenn ihr euch diese Box auf Deutsch kaufen wollt, dann kostet sie circa 300 Euro. Wenn ihr diese Box auf Englisch haben möchtet, aus dem europäischen Ausland eingekauft, dann sind wir hier bei circa 335 bis 340 Euro. Also ein richtig stolzer Preis für eine Elite-Trainer-Box. Schimmernde Legenden, muss ich sagen, gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Wenn wir uns die Karten anschauen, dann sehen wir, dass wir diverse sehr, sehr populäre Pokémon mit dabei haben. Wir haben gar nicht die allzu teuren Karten mit dabei, aber dafür eine sehr schöne Auswahl, wie gesagt, an populären Pokémon. Mewtwo GX zum Beispiel, das ist eine richtig tolle optische Karte, finde ich. Wir haben Mewtwo als Rainbow-Karte, auch diese Rainbow-Karten verbinden wir ja sehr stark auch mit der Sonne- und Mond-Ära, aber auch noch mit der Schwert- und Schild-Ära, obwohl die sich von dem Feeling, von der Optik dann doch schon stark unterscheiden. Wir haben hier Raichu mit dabei, wir haben Entei mit dabei und was wir nicht vergessen dürfen, wir haben halt sehr, sehr viele Shiny-Pokémon mit dabei. Mit Mew, mit Raikwasa, mit Azois, mit Genesect, mit Hirachi und so weiter und so fort. Von daher, meiner Meinung nach, ein tolles Set mit einer tollen Auswahl, ein nicht allzu großes Set, welches sich aber in den vergangenen Jahren trotzdem sehr, sehr gut im Preis entwickelt hat. Wie gesagt, 300 bis 340 Euro ist der aktuelle Preis, entweder Deutsch oder Englisch. Für ein Investment würde ich diese Box aktuell nicht einkaufen. Da werden wir gleich noch bessere Alternativen sehen, wer natürlich Elite-Trainer-Boxen sammelt. Es kann ja auch eine Idee sein, Special-Sets zu sammeln. Dann braucht man ja auch nicht jede einzelne Elite-Trainer-Box haben, sondern hat nur eine kleine Auswahl der Top-Produkte bei Elite-Trainer-Boxen, die dann so auf den Markt kommen. Auch das könnte eine Idee sein. Und wer sich so eine Sammlung aufbauen kann, der kann natürlich zu diesem Preis zuschlagen. Denn eins ist auch sicher, günstiger wird das Produkt nicht mehr, sondern eher teurer. Hier erwarte ich allerdings keine schnellen Preisanstiege, weshalb ich bei diesem Produkt von Shining Legends auf Deutsch und auf Englisch für ein Investment eher raus bin. Das zweite Special-Set, welches in der Sonne- und Mond-Ära auf den Markt gekommen ist, ist das von Dredgen Majesty, also Majestät der Drachen. Auch diese Box ist mittlerweile sehr, sehr rar. Wir haben gerade mal 33 Artikel auf Cardmarket vorhanden. Und auch einen hohen Preis. 320 Euro müssen wir bezahlen, wenn wir sie auf Deutsch haben wollen. 399 Euro, also 400 Euro, wenn wir sie aus dem europäischen Ausland einkaufen wollen, auf Englisch. Ein richtig stolzer Preis, der zeigt, was halt auch so mit Elite-Trainer-Boxen, insbesondere mit den Sondersets möglich ist. Ich würde die Sonne- und Mond-Ära, was die Elite-Trainer-Boxen angeht, nicht mit der Schwert und Schild und das rechtlich mit der Karmesin- und Purpur-Ära vergleichen, weil wir, wie gesagt, in der Sonne- und Mond-Ära nicht so hohe Print-Runs hatten, was die Elite-Trainer-Boxen angeht. Aktuell ist es ja so, dass gefühlt die Elite-Trainer-Boxen ja das Produkt sind, welche immer wieder auf den Markt kommen und immer wieder von der Company geprintet und auf den Markt gebracht werden. Von daher gibt es da schon große Unterschiede, auf die wir aber noch im Laufe des Videos eingehen werden. Wenn wir uns die Karten anschauen, dann sehen wir, dass wir hier wirklich keine allzu besonderen Karten dabei haben. Sowohl was die Artworks angeht, als auch was die populären Pokémon angeht, denn so richtig was außer Dragoran haben wir hier nicht mit drin. Also von daher sehr viele günstige Karten, auch tatsächlich keine Top-Chase-Karten mit dabei, was dann aber trotzdem nicht dazu führt, dass wir einen geringen Preis in der Elite-Trainer-Box haben. Und das sage ich immer und immer wieder auf diesem Channel. Karten können ein sehr guter Treiber für ein Produkt sein. Karten sind aber nicht ausschlaggebend, wie teuer das Sealed-Produkt irgendwann wird. Denn es kommt immer auch auf das Angebot an. Wenn wir ein geringes Angebot haben, wenn es nicht allzu viele Menschen gibt, die sich dieses Produkt weglegen, dann führt das irgendwann mal zu einer Seltenheit, die interessant macht. Und dieses interessant machen kostet am Ende Geld. Und das sehen wir hier bei Dredgen Majesty. Eine Box, die wirklich keine allzu guten Karten drin hat, kostet trotzdem 400 Euro. Und schaut's hier, wird trotzdem zu diesem Preis auch verkauft. Von daher sehr, sehr spannend. Auch hier ähnlicher Gedanke wie bei Shining Legends. Ich persönlich würde sie mir für ein Investment nicht kaufen. Wenn es aber darum geht, vielleicht eine Sammlung zu kompletieren, dann könnten die aktuellen Preise durchaus interessant sein. Denn auch hier günstiger wird das Produkt nicht. Kommen wir nun zu Hidden Fates, einem der geilsten Special Sets der letzten Jahre. Das muss man einfach so sagen. Hidden Fates ist 2019 auf den Markt gekommen. Also 4 Jahre alt und aktuell noch in guter Stückzahl vorhanden. Also 320 Artikel gibt es von dieser Trainerbox hier auf Card Market. Auf Deutsch zahlt man aktuell einen Preis von 116 Euro. Auf Englisch, da müssen wir ein bisschen runterscrollen, zahlt man aktuell einen Preis von 140 Euro. Und hier dreht sich das Ganze bei mir. Denn kurioserweise ist Hidden Fates meiner Meinung nach das mit Abstand beste Sets von den dreien, die wir jetzt hier in diesem Video gehört haben. Trotzdem ist es das günstigste Set. Also die günstigste Elite Trainer Box im Vergleich zu den anderen Zweien. Das hat nicht den Grund, weil das Set einfach unpopulär ist. Das hat den Grund, weil einfach viel, viel mehr Mengen davon auf den Markt kamen. Hidden Fates war so das erste Special Set, welches wirklich auch noch ein paar Monate und ein paar Jahre nach Release noch weitere Print Runs bekommen hat. Ich kann mich selber noch daran erinnern, wie ich auch bei deutschen Produkten, obwohl das Produkt schon sehr, sehr teuer war, in der Bestellung dann für 60 Euro wieder zugreifen konnte. Und das führt dazu, dass es einfach jetzt ein bisschen länger dauert, bis sich dieses Produkt im Preis auch wieder erholt. Denn das Produkt war schon deutlich teurer. Und eins kann ich euch sagen, es wird auch wieder teuer werden. Ich glaube fest daran, dass Qualität sich am Ende durchsetzt und dass die Hidden Fates ETB irgendwann mal, ich weiß nicht wann dieses irgendwann mal sein wird. Aber ich glaube fest daran, dass diese ETB genauso teuer, wenn nicht sogar noch teurer als Shining Legends und Dredgen Majesty wird. Weil sich meiner Meinung nach am Ende auch Qualität durchsetzt. Hidden Fates ist ein sehr populäres Produkt. Es wird oftmals auch geöffnet. Ihr dürft nicht vergessen, wir haben mittlerweile auch viel, viel mehr YouTuber, auch viel, viel mehr Poketuber, die auch Breaks veranstalten als noch vor einigen Jahren. Und das führt auch dazu, dass diese Produkte immer weiter abverkauft werden, geöffnet werden und irgendwann dann auch hier deutlich weniger Produkte auf dem Markt vorhanden sein werden. Und das ist die Chance, die ich sehe bei Hidden Fates. Von daher, wenn ich mir hier die Frage stellen würde, ich persönlich, würde ich für mich investieren? Ja, das würde ich tun. Ich habe genug von diesen Produkten, deswegen kaufe ich zu diesen Preisen nicht ein, weil ich halt deutlich früher schon hier dabei war einzukaufen. Und nichtsdestotrotz ist es meiner Meinung nach immer noch ein vernünftiger Preis. Erst recht, wenn man mal das mit den anderen beiden ETBs vergleicht und auch mit ein paar ETBs, die gleich kommen, wenn man bedenkt, wie alt Hidden Fates eigentlich ist. Und auch die Einzelkarten sprechen bei Hidden Fates für sich, denn wir haben hier meiner Meinung nach ein qualitativ hochwertiges Set. Klar sind es jetzt nicht die Artworks wie bei Schwert und Schild. Da sind wir aktuell anderes gewohnt, auch bei Carmesin und Purpur. Trotzdem sind es nostalgische Karten mit sehr, sehr vielen populären Pokémon wie Shiny Glurak, wie Shiny Nachtara, Shiny Psiana, Shiny Mewtwo, weiteren Evolutions und vielen Karten mehr. Von daher, geiles Set zu einem meiner Meinung nach noch guten Preis, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Persönlich würde ich die englischen Produkte bevorzugen. Warum, ist glaube ich auch klar, haben wir auf dem Channel schon oftmals beschrieben. Wenn nicht, schaut euch gerne dieses Video an, da beschreibe ich es nochmal im Detail. Insgesamt waren es also drei Elite Trainer Boxen, also drei Special Sets, die bei Sonne und Mond auf den Markt gekommen sind zwischen 2017 und 2019. Wir sehen, Produkte werden mit der Zeit abverkauft, Produkte werden weniger, Produkte werden teurer. Es gibt halt noch Produkte, die trotzdem noch günstig sind, wie zum Beispiel Hidden Fades. Hidden Fades gehört für mich, da kann ich mich nur nochmal wiederholen, zu den coolsten und besten Special Sets der letzten Jahre. Auch wenn ich die Schwert und Schild und die Carmesin und Purpur era sehe. Ich werde euch am Ende nochmal drei Elite Trainer Boxen geben, die ich von all denen, die wir heute vorstellen, favorisiere. Bleibt also dran, wenn ihr diese Top 3 von diesen Elite Trainer Boxen nicht verpassen wollt. Kommen wir nun zu der so sensationellen Schwert und Schild Era, wo glaube ich sehr, sehr viele, die auch diesen Channel schauen, in das Hobby wieder reingekommen sind. Champions Pass war das erste Special Set aus der Schwert und Schild Era und Mann, was hat diese Box für eine Story hinter sich. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass man diese Box zu Release nirgendwo bekommen hat. Du konntest in den Smith Toys gehen, nichts vorhanden. Du konntest in den Müller gehen, nichts vorhanden. Klar, wenn man Glück hatte, kam mal dran. In der Regel konnte man diese Produkte aber sehr, sehr schwer bekommen. Das führte dazu, dass die Box direkt von Beginn an sehr teuer war. Wir hatten Preise von über 100 Euro. Das hat sich mit der Zeit ein bisschen nach unten gependelt. Mittlerweile sind wir hier bei Preisen, die schon sehr konstant sind, von ca. 85 bis 90 Euro. Sowohl bei Deutsch als auch bei englischen Produkten. Und das ist für mich, muss ich sagen, immer noch ein vernünftiger Preis. Ja, ich glaube, dass diese Box brauchen wird, um im Preis ordentlich nach oben zu gehen. Wir dürfen aber nicht vergessen, und das ist für mich so das größte Fund, welches diese Box hat. Das Artwork ist einfach meiner Meinung nach mit dem Schwarzen, mit dem Goldenen sensationell. Und wir haben es auch schon bei den ersten Trainerboxen vorhin gesehen. Es kommt nicht immer auf die Karten an. Oftmals auch auf die Seltenheit, oftmals auch auf die Optik. Und die Optik ist hier wirklich 1A. Darüber hinaus haben wir die Chancen, bei dieser ETB halt auch zwei Gluraks zu ziehen. Eine Glurak-Karte ist garantiert als Promokarte. Diese beiden Karten können wir darüber hinaus aus dem Set ziehen. Sonst haben wir hier nichts drin. Nichtsdestotrotz sind diese zwei Karten auch einfach Treiber des Sets. Beide Karten kosten ja knapp 100, sogar über 100 Euro. Also wenn es um die Shiny-Karte geht. Von daher sind es auch gute Argumente für die Box. Ich weiß, es mag nicht so aussehen, als ob diese Box ein gutes Investment wäre. Ich persönlich würde trotzdem zu diesem Preis kaufen, weil ich vom Gesamtpaket, also nicht vom Set, Champions Pass überzeugt bin. Sondern vom Gesamtpaket der Elite-Trainerbox. Und deswegen wäre es für mich zum aktuellen Zeitpunkt immer noch ein guter Pick. Das nächste Set auf der Agenda ist das von Shining Fates. Also glänzendes Schicksal. Und auch diese Box hat einen richtig krassen Weg hinter sich. Warum? Weil wir hier ein ähnliches Bild hatten wie bei Champions Pass. Viele Leute sind insbesondere bei dieser Box in FOMO verfallen. Sie hatten Angst, diese Box nicht zu bekommen. Und haben direkt von Day 1 an einen deutlich höheren Preis bezahlt. Teilweise sogar deutlich über 100 Euro. Auch ich habe bei dieser Box einen Fehler begann. Und zwar habe ich mich damals dazu hinreißen lassen, ich weiß gar nicht, ob es zwei oder drei Boxen waren, auch für circa 100 Euro einzukaufen. Gott sei Dank waren es nur diese zwei oder drei Boxen. Und halt nicht mehr. Ich konnte mir halt irgendwann dann mal im Laufe der Zeit, als diese Box einfach massig verfügbar war, diese Box entspannt für 35 Euro bei mir in meinem Business einkaufen. Das hat das Ganze dann wieder ausgeglichen. Nichtsdestotrotz ist diese Box eigentlich ein Paradebeispiel dafür, wie wichtig es ist, die Füße stillzuhalten. Halt nicht direkt von Tag 1 einzukaufen, Angst zu haben, das Produkt nicht zu bekommen, sondern einfach entspannt zu bleiben, abzuwarten. Mit der Zeit werden sich Chancen ergeben und dann kann man bei diesen Chancen zugreifen. Ähnliches Bild sehen wir auch bei vielen weiteren Elite-Trainer-Boxen. Es gibt keinen Grund mehr, diese Dinge vom ersten Tag an einzukaufen, sogar vorzubestellen, weil halt Preise mit der Zeit, auch nach Release halt in der Regel noch weiter fallen und sich mit der Zeit deutlich bessere Kaufgelegenheiten ergeben, als halt in der Pre-Order oder als direkt zum Start hinweg. Shining Fates? Ja, man kann drüber streiten. Wir haben eine Chase-Karte dabei mit der Shiny Glurak Vimex. Ich finde auch die Suikun-Karte cool. Mir gefällt auch die Skylar-Karte hier in dem Set. Darüber hinaus war es das aber schon. Wir haben viele Baby-Shinies mit dabei, viele weitere Shiny-Karten, die jetzt aber nicht allzu teuer sind, die aber trotzdem aus Shining Fates ein vernünftiges Set machen. Ich sage es mal so, für den Preis von 40 Euro kann man definitiv zuschlagen. Eins ist aber wichtig, man braucht einen richtig langen Atem. Die Box wird nicht in einem Jahr bei 80, 100 Euro stehen. Es wird Zeit brauchen. Es wird Zeit brauchen, denn die Box kann man immer noch einkaufen, auch als Händler. Also sind noch weitere Stückzahlen vorhanden, neben den 1.271, die wir hier sehen. Von daher, wer Lust hat, wer Geduld hat, kann zu dieser Box zugreifen, weil einfach der Preispunkt sehr gering ist. Und auch das ist ja wichtig. Der Einkaufspreis entscheidet oftmals über die Rendite. Für mich gibt es aber aktuell bessere Boxen, die, glaube ich, schneller eine passable Rendite versprechen. Eine Box davon wäre zum Beispiel die von Celebrations. Und Mann, was soll ich sagen, Celebrations hat mir richtig, richtig Spaß gemacht, sowohl im Einkauf, weil wir halt schon auch seit Release sehr gute Renditen erzielen konnten, aber auch beim Opening. Und das macht dieses Set halt so aus. Ich glaube, dass Celebrations lange nach Release noch sehr beliebt sein wird, wenn es darum geht, Dinge aufzumachen, ein cooles Event auf die Beine zu stellen, weil wir einfach auch sehr viele nostalgische Karten hier mit dabei haben. Der Preis für die Elite Trainer Box ist tatsächlich auch in den letzten Wochen und Monaten so ein bisschen gefallen. Also hält sich auch so konstant auf einem Niveau von 80 bis 100 Euro. Wir haben hier aber mittlerweile, wie gesagt, auch wieder Preise so von um die 90 Euro, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Von daher, das für mich definitiv vernünftige Preise, wenn man sich diese Box beiseite legen möchte. Ich persönlich würde sie aktuell nicht öffnen, weil der Wert der Karten halt kein allzu hoher ist. Dafür ist mir das Produkt jetzt schon zu teuer. Es wird ganz, ganz viele Menschen geben, die das trotzdem öffnen, weil das Set halt einfach so viel Spaß macht. Aber wenn es um ein Investmentgedanken geht, dann macht das Set definitiv Sinn. Erst recht, wenn man bedenkt, wo auch Generations steht. Auch da dürfen wir es nicht eins zu eins vergleichen, weil Generations halt auch in einer Zeit draußen war, wo nicht so viele Elite Trainer Boxen geprintet wurden. Nichtsdestotrotz war es auch viel verfügbar und man hätte günstig zugreifen können. Das wird nicht so stark bei dieser Box passieren. Trotzdem wird die Box weiter ihren Weg gehen. Und ich sage es euch, wenn das 30. Jubiläum erreicht ist in zweieinhalb Jahren, dann wird diese Box definitiv nicht mehr bei 90 Euro stehen, sondern definitiv auch dreistellig sein. Ich persönlich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die Box zum 30. Jubiläum Minimum 200 Euro kosten wird und das innerhalb von ab jetzt zweieinhalb Jahren. Hier haben wir nochmal einen Blick auf die Einzelkarten. Wie gesagt, das ist das, was ich gerade meinte. Sehr viele tolle Karten mit dabei. Mit Mew, mit Glurak, mit Turtok, mit Bisa Flors, aus dem Base Set, mit Nachtara Goldstar, mit Shiny Carpador, mit Birthday Pikachu. Also Top, Top Karten, die Spaß machen, das Set zu öffnen und die dieses Set auch weiterhin zukünftig treiben werden. Kommen wir nun, und das muss ich für mich auch nochmal klarstellen, zur schlechtesten Trainer Box aus der Schwert- und Schild-Ära definitiv. Also für mich, ich sehe auf jeden Fall schwächer als Champions Pass, auch als Shining Fades, weil wir einfach hier ein Produkt haben, mit dem Pokémon sich komplett verkalkuliert hat. Der Grundgedanke war ein sensationeller Pokémon-Go-Spieler dafür zu begeistern, ins Hobby zu kommen, ein Kartenspiel rauszugeben, welches sich anlehnt an das Game, welches man draußen im Freien zocken kann. Was passiert ist, ist halt, dass wir sehr, sehr viel Angebot bekommen haben, die Nachfrage dann doch nicht so groß war, auch weil die Karten nicht allzu toll sind und das findet sich aktuell auch im Preis wieder. Wir haben hier Preise von um die 30 Euro auf Englisch und Preise, da müssen wir weiter runterscrollen, obwohl sehen wir hier gerade nicht. Teurere Preise auf jeden Fall für die deutschen Produkte. Ich finde es super schade, weil die Box an sich von der Optik eigentlich sehr, sehr gelungen ist. Wir haben Mewtwo vorne drauf, wir haben das Pokémon-Go-Cover vorne drauf. Auch die Box wird sich mit der Zeit im Preis entwickeln, es wird aber wirklich lange, lange dauern, ähnlich wie bei Shining Fades. Ich glaube hier sogar noch länger, weshalb ich für ein Investment definitiv nicht zugreife und dieses Set skippe oder so spät wie möglich halt einkaufe, um dann den Wertanstieg so kurz wie möglich zu halten, dass ich nicht allzu lange dieses Set bei mir im Businessbestand halten muss. Lasst uns mal einen Blick auf die Karten werfen. Wir haben hier eigentlich coole Pokémon mit dabei, wir haben Mewtwo mit dabei, wir haben Dragoan mit dabei, ein cooles Mewtwo im alternativen Artwork. Wie gesagt, ein paar coole Radiant-Karten der ersten drei Entwicklungsreihen, also insbesondere von Turtok, Glurak und Bisaflor. Von daher sind ein paar coole Karten mit dabei, aber halt nicht die Banger-Karten. Ich glaube, viele haben was ganz anderes von Pokémon-Go erwartet. Und weil die Erwartungshaltung einfach eine andere war und das Angebot zu hoch und dementsprechend die Nachfrage so gering, stehen wir halt aktuell bei diesen Mengen, die wir hier sehen, und auch bei den Preisen, die wir sehen. Von daher investieren ja oder nein, aktuell nein, wenn dann ganz, ganz spät, wenn es nur noch wenige Produkte gibt und der Preis dann immer noch günstig ist. Crown Zenit war die letzte Special Set Elite Trainer Box aus der Schwert- und Schild-Ära. Und was soll ich euch sagen? Für mich auch die beste. Denn wir haben hier immer noch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Box war zu Beginn in der Pre-Order deutlich günstiger, also da hätte man sie auch noch für unter 50 Euro bekommen können, stieg dann relativ schnell auf 60 Euro an und ist jetzt auch in dieser Preis-Range mit der Zeit sehr konstant geblieben. Also wir haben hier Preise von um die 55 Euro, wenn wir sie auf Deutsch oder auf Englisch einkaufen wollen. Und das sind für mich absolut faire Preise und auch keine allzu hohen Stückzahlen mehr. 591 Stück hier noch vorhanden. Es soll ja in Amerika noch ein Reprint zu diesem Produkt auf den Markt kommen. Ich bin mal gespannt, wie stark dieser sich bei uns in Europa auswirken wird. Ich glaube nicht so stark. Von daher braucht man hier zwar einen langen Atem, aber nicht einen allzu langen Atem. Also definitiv nicht so wie bei Go oder bei Shining Fades. Die Box wird deutlich früher im Preis nach oben gehen. Davon bin ich überzeugt. Ich werde mir zusehen, noch die eine oder andere für mein Business einzukaufen, weil sie einfach auch mit Lucario eine geile Optik hat und weil der Preis aktuell auch einfach stimmt, wenn man bedenkt, dass die Schwert- und Schild-Ära schon vorbei ist und wir uns schon in der Karmesin- und Popo-Ära befinden. Und ein Punkt, der uns hier auch zufriedenstellen sollte, ist die Auswahl der Karten. Und man schaut euch mal diese Karten an, wenn wir sie insbesondere auch mit der Sonne- und Mond-Ära vergleichen. Hidden Fades ist für mich ein sensationelles Set. Hidden Fades kommt, was die Karten angeht, aber definitiv nicht an diese wunderschönen Karten hier aus diesem Set ran. Wir haben hier alles, was das Herz begehrt. Also sehr, sehr viele populäre Pokémon. Wir haben weibliche Trainer-Charaktere mit dabei. Wir haben Vista, wir haben V-Karten, wir haben alternative Artworks, wir haben geile Gold-Karten. Also ganz, ganz viele Punkte, die für dieses Set sprechen. Von daher sehe ich Crown Zenit als eines der besten Special-Sets der letzten Jahre an und zum aktuellen Preispunkt für mich ein absoluter No-Brainer, wenn es um ein Long-Term-Investment geht. Das waren die Elite-Trainer-Boxen aus der Schwert- und Schild-Ära. Eine tolle Ära mit sehr, sehr guten Produkten und ja, wie gesagt, auch tollen Karten in den Produkten. Wir sehen, dass einige davon schon echt gut im Preis gestiegen sind. Wer sich zum Beispiel Champions Pass, wer sich Celebrations zu einer UVP von um die 60 Euro sichern konnte, der hat schon eine richtig gute Rendite in der kurzen Zeit gemacht. Das dürfen wir nicht vergessen. Andere Produkte sind so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Das lag oftmals daran, dass sehr, sehr viele Stückzahlen auf den Markt kamen. Nichtsdestotrotz bin ich bei vielen von diesen Produkten sehr optimistisch und zuversichtlich, dass wir trotzdem noch in den kommenden Jahren weiterhin sehr gute Renditen erzielen werden. Die letzte Box, die wir uns angucken, ist die von Pokémon 151. Ein richtig geiler Start, was das Special Set angeht in die Carmesin und Popo-Ära. Was will man mehr? Ein Produkt, wo wir sensationelle Artworks haben, die sehr, sehr begehrt sind auf dem Markt. Nichtsdestotrotz haben wir hier noch sehr viele Produkte da. Ich habe schon direkt zu Beginn gesagt, als das Produkt noch so bei 44, 43 Euro war, haltet die Füße still, wir werden ausreichend von diesem Produkt bekommen. Und genau so ist es gekommen. Wir haben zwar dann schon Preisstiege auf über 50 Euro gehabt, sind jetzt aber wieder so auf 47, 48 Euro zurück. Und ich habe euch vor einigen Videos bereits gesagt, dass der Reprint im Januar kommen wird. Ich habe jetzt schon die Möglichkeit für Januar vorzubestellen. Von daher kann hier auch noch was in den Preisen in den kommenden Monaten passieren. Pokémon 151 ist definitiv ein Top-Produkt. Auch die Elite-Trainer-Box ist ein Top-Produkt. Wir dürfen das Risiko aber nicht unterschätzen, dass wenn zu viele Produkte auf den Markt kommen, es einfach lange dauert, bis sich Produkte bewegen. Und das könnte mit 151 passieren. Wenn Pokémon sich dazu entschließt, extrem viel davon auf den Markt zu bringen, wie bei Shining Fates, dann wird auch die Nachfrage nicht ausreichen. Denn das Angebot wird einfach viel zu hoch sein. Ich bin gespannt, wo es mit dieser Box oder wie es mit der Box auch weitergeht. Ich persönlich werde zusehen, dass ich mir im Januar schon den ersten Bestand aufbaue, um einfach schon gut aufgestellt zu sein. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich zu 45 Euro kaufe, die Box auf 40 Euro fällt und ich das einfach aussitze. Das Beste, was passieren kann, ist, dass ich den Weg nach oben mitgehe. Von daher schauen wir mal. Meine Entscheidung werdet ihr definitiv hören, wenn ich mich dazu entschließe einzukaufen. Aber auf jeden Fall ein sehr gutes Produkt mit. Und das sollte man auch erwähnen. Tollen Einzelkarten. Wir haben schon oftmals auf die Karten geblickt. Nicht nur die Chase-Karten hier oben sind sehr, sehr teuer, sondern auch die Artreas aus dem Set. Ich habe euch oftmals schon gesagt, dass ich das nicht ganz nachvollziehen kann. Auch hier war wahrscheinlich neben den nicht so guten Pull-Raten, aber auch ganz viel FOMO mit dabei. Ich persönlich würde auf japanische Karten gehen. Dort kriegen wir, obwohl das Set deutlich seltener und teurer ist, noch die deutlich günstigeren Karten. Nichtsdestotrotz ein tolles Set, auch optisch. Und auch die Elite-Trainer-Box ist meiner Meinung nach von der Optik sehr, sehr gut gelungen. Auch mit dem Relaxo drauf und mit dem Relaxo als Promokarte drin. Von daher, wenn ihr mich fragt, eignet sich Pokémon 151 für ein Investment? Ich persönlich für mich sage ja. Wir müssen abwarten, wie viel davon noch auf den Markt kommt. Es wird aber auf jeden Fall long-term ein sehr, sehr guter Pick sein. Das war es auch schon mit dem heutigen Video. Mein Blick auf die Special-Sets, auf die Elite-Trainer-Boxen aus Sonne und Mond, Schwert und Schild. Und Kame-Sinu und Purpur. Schreibt ihr mir doch mal gerne in die Kommentare, welche Ära hat euch am besten gefallen und welche Elite-Trainer-Boxen ist eure Nummer 1 von all denen, die wir heute in diesem Video genannt haben. Ich möchte euch noch einmal meine Top 3 mit an die Hand geben. Wenn ich mich dazu entschließen müsste, jetzt zu kaufen, würde ich folgende ETBs auswählen. Auf Platz 3 würde ich mich für Celebrations entscheiden, weil es immer noch für mich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis liefert und insbesondere mit dem 30. Jubiläum noch ganz, ganz viel Fantasie mit sich bringt. Auf Platz 2 würde ich Crown Zenit wählen, weil wir einfach ein geiles Preis-Leistungs-Verhältnis haben, eine günstige Box bekommen können, die richtig, richtig gut ist und viel Potenzial hat. Und auf Platz 1 würde ich mich für Hidden Fates entscheiden, weil diese Box einfach mit Abstand schon die älteste von diesen Boxen ist. Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo sie einfach abverkauft ist, dann werden die Preise teuer, wie bei Shining Legends und wie bei Dredgen Majesty und deswegen finde ich, ist es aktuell noch ein guter Zeitpunkt, in diese Box reinzugehen. Von daher schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr auch zu meiner Top 3 sagt und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Schaffen wir die 200 Likes, dann kommt das gleiche Video auch zu allen Displays aus allen drei Ähren und eins sage ich euch, das könnte richtig spannend und richtig geil werden. Von daher, danke für eure Aufmerksamkeit, Abo dalassen, liken, kommentieren. Bis bald, ciao, ciao.